Willkommen zurück beim Let's Play von GTA 5 In der letzten Folge hatten wir ja den Bankraub und haben Mr. Phillips, also Trevor ein wenig bekannt werden, ne ich fange nochmal von vorne an Wir haben in der letzten Folge den Bankraub gemacht und natürlich auch Mr. Phillips oder auch Trevor kennengelernt der ja ein kleiner aufbrausender Psychopath ist wie wir festgestellt haben und noch feststellen werden So, fahren wir mal weiter. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen gebremst gehabt. Oh, da fliegt ein Flugzeug Gut Fahren wir mal ein Stückchen weiter hier Traktor, Traktor Oh Das ist wo sie sind Aha, okay Das... 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 Ja, wir haben ja doch niemals los. Weg mit dir! So, den zweiten kriegen wir auch noch. Oh fuck, wir haben nicht viel Munition. Ich kann jetzt nicht lesen, ich würd's aber gerne. Oh fuck fuck fuck. Die nicht, nein. Der nicht, nein. Der nicht aus. wir müssen den Ufi mal einholen, Alter! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich will den jetzt endlich haben, Alter, komm her! Ah, fuck, fuck, fuck! So? Geile Maschine! So, komm schon! Das so schnell kann der doch nie sein! Sollen wir den jetzt eigentlich töten oder abfangen? Oder müssen wir den einfach bis verfolgen? Nein! Nein! Wait, du blöder Affe! Den kriegen wir doch nie wieder eingeholt! Du blöder Wichser mit deinem beschissenen Van! Alter! Hier hinten war ich letztens schon dreimal! Genau in der Brücke hier vorne! Ich bin nämlich von der Brücke, die da hier weiter hinten ist, runtergesprungen und musste ein bisschen runterlaufen, damit hier war hier die einzige überfahrene Straße in den... Alter! Diese blöden Pfosten lassen sich aber auch nicht umfahren! Steig ein! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Och man, Ray! Warum müsste er denn noch dabei sein? Ganz im Ernst, der kann doch eh nichts! Man, wir schaffen wirklich nicht eine beschissene Mission von vorne! Man! Ey, so eine beschissene Scheiße jedes Mal! Fuck, jetzt hab ich doch den Y angedrückt! Hm! Naja, halt! Du wirst die ganze Kacke nochmal von vorne machen, oder was? Nein! Och nö, und jetzt regnet es auch noch! So, da fahren wir jetzt nochmal rüber! Mann, 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 ey, so ne Scheiße hier! Warum muss ich jetzt... Oah! Du bist irgendwie hell, Trevor! You sure you okay? You sure you okay? If you think you speak Russian, there's a number of lightning explanations for nations! I mean, the government are releasing chemicals, the control, the warming, they'll try to control anything! It might have been the vapor somehow with the light... Shut up, shut up! Was the ghost, the ghost Michael Townley, alive and well! Taking the same scores, holding the same dumb looses! Prozent Prozent offensichtlich dass wir ganz kurz wieder gucken weiter ich muss beschissen so es gibt mit jedem Versuch gibt es sicherlich anderen Text das ist interessant. Ich musste das jetzt alles noch mal machen ernsthaft. Kennen wir doch schon. Man, warum hab ich aus der Seen Y gedrückt, Alter. So, die beiden haben wir. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt aufhalten können, bevor die da sind. Ich hätte ja ganz gerne mal eine andere Waffe gewählt, aber wer hat das die Pistole? Nein! Doch, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich krieg... Was soll denn die Scheiße? Ach man, ich will die Kacke nicht 30 mal machen. Ach, jetzt... Nee, warte mal. Mann, ey, so eine Scheiße. Mann, das ist, weil der Traxotry fährt. Ich kann diese Mission nicht ab. Ich will so eine Mission immer schnell hinter mir haben und nicht drei Tage, drei, fünfhundertundzwanzig Stunden und ein paar Jahre. Mann, 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 Mann. Ey, wie ich es hasse. Du hast Wade verloren. Warte, bis Wade wieder einsteigt. Leck mich am Arsch, Wade kann stehenbleiben. Der machte eh nicht so weg mit Ollen. Alter, wie es einem auf den Sack geht. Was ist im Weg? Mann, jetzt ist schon wieder scheiße Musik an. Geht ein langsam alles auf den Sack. Weg mit dir, du blöder Pimmel. So. Der Wagen hat eine richtig beschissene... Ach, nein. Mann, diese blöden Schilder. Warum kann man die Schilder nicht umfahren? Ganz im Ernst. Hier, den beschissenen Scheißschild. Scheißschild. Scheißschild kannst du umfahren. Ja, nur die Dinger nicht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich rate sie auf. Mann, Mann, Mann. So, das Bike ziehen über. Ich verfolge dir jetzt einmal nur. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast gesehen, dass ihr eure Gesichter gesehen habt? Wir haben uns Angst, dass sie die Hügel gewinnen! Ja, aber sie haben nicht den Hügel gewandert, dass ihr seid! Du hast ihn mit dem Hügel gewonnen! Ich bin nur in der Schwerke, ich bin nur in der Schwerke, und ich bin nur in der Schwerke. Du musst es aufhören, Mann! Das ist ein Schwerke! die auch 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 so wie sollen verfolgen ich glaube das geht daneben aber doch was dies war Prozent und weiter geht es so wie Eeeehntlich Jena und Lager Reiter die Weichung sitzt das war die ganze Geschichte zum Arzeln Marne er hat wer ja genau wo fahren wir eigentlich? gute Frage Trevor so das war noch ne Birke guck mal wo halten sie an? wir fahr da jetzt mal auch rein mal sehen ob das ne schlaue Idee ist watch the entrance boys no one leaves without my express permission permission wo sind sie wo sind sie wo sind sie fuck 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 so weg mit dir weg mit dir gut wo sind sie wo ist der andere Typ oh fuck die sind jetzt dahin oder was weg mit dir weg mit dir Alter jetzt müssen wir die alle abkühlen alle abkühlen vor allem alle abknallen öl öö das nein auch in Höckmann solle Scheiße weil ich es haßte ich haße diese Mission so abgrundtief abgrundtief erstmal muss man nicht die jeden Fall und dann sage mal die alles schnitzeln und zwar mit einer Schrotflinte ist an sich ist das Problem Meu Schrotflinten sind hier kacke fickt euch fickt euch fickt dich dein da hinten blöder wixer kack mit dir da wo ist er den hätten wir alter mann 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 ey weg mit dir fach hat er zu sich ja schon wieder rüber gucken wo ist der andere Typ jetzt 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 du 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 fach 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 ich lass dir kein überleben alter keiner überlebt keiner wo wo rennen die denn hin hallo bleibt ihr mal hier du alter diese blöden wixer dafür dass ihr mich einen kontrollpunkt gekostet habt kriegt ihr jetzt eins auf die Fresse und zwar alle ich sehe gar keine mehr ich würde mich verarschen die sind alle geflohen ihr Pussys wenn ich dann schon mal sauer bin dann könnt ihr ja wenigstens auch bleiben mh mann ey diese kack mission scheiße oh die Und die Maschinen? Und die Aztecas? Die Aztecas! Ist er auch Illuminati? Und ein Wahki? Ich habe einen Chinesischen Kontakt. Er wird alle Mech kaufen. Er wird alles Klob. Unsere Entfernung ist nicht nur... Math! Es geht auch um Würzeln! Die Aztecas kontrollieren die Würzeln. Wir nehmen sie weg. Also wir nehmen sie weg. Okay. Einfache Logik. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo der Typ ist. Alter! Diese Mission hat mich auf jeden Fall gerade schon mal richtig abgefuckt. Okay. Und los, 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 los! Oh meine, du... Du musst zurückgehen. Woaa... Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, das ist das. Oh, was ist das? M-Ist幻 zufügt. Hee hee. Und weg. Gut, das war also der Sticker-Typ. Alter, boah, der Truck, man. So. Er habe die Kacke endlich geschafft. Okay. Okay. Michael, Michael, Michael! Yes, it is! Oh, you told me about it. You're all running, running, buddy. And who is the other one? And who is the other one? Brad. He's the other one. Locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael's survivor's survivor. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't keep the moaning these last ten years. I've spent ignorance. Some say ignorance. Ignorance. For a man with an interest. Some may say obsession. With the secret truth hidden behind the historical events. Heh. That's right. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from Mad Fat Jump. I'll be here when you need me. We lost the point, huh? Oh, that's right. That's right. We lost the car, Ron. We lost time to think. Das war jetzt wohl ein Scherz, oder? Mit dem Punkt. Aha. Aha. Das wurde auf dem Mini-Radar nicht einmal eine Hunderte bekommen von mir. Schön. Hübsch. Hübsch. Schön. Schön. Hübsch. Schön. Hübsch. Jetzt haben wir offensichtlich den Scherrhofer Philips können gelernt, so wie er er leibt und lebt. Und ich hasse diese Mission, aber die müssen uns vorbei, die Folge übrigens auch. Und wir sind es nächstes mal wieder. aber wenn ich mich hier wieder etwas abgeregt habe die etwas entspannter bin nun zureiten und sofort ihr wisst ja was ich meine Tuschikowski und bis denn, Ciao! Was ist das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, inzwischen ein Part, wie er im Buch steht. Aber Freunde, trotzdem ist die Folge vorbei. Und der Rest davon, was noch alles so kommt und wie sich das Ganze hier noch entwickelt, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sag Tschüssikowski und bis dann, ciao. Wir hören uns, sehen uns und so weiter und so fort.